Bundestagswahl 2009. Dazu sehen Sie jetzt Wahlwerbung der Piratenpartei Deutschland. Piraten. Für den Inhalt der Spots sind die Parteien verantwortlich. In Deutschland leben mehr als 82 Millionen Menschen. Und jeder Einzelne ist verdächtig. Deshalb überwacht man ab sofort alle unsere Aktivitäten und speichert für sechs Monate, was wir tun. Zum Beispiel, wen wir anrufen und wann. Wann wir ein Handy benutzen und wo. Wann und wo wir uns ins Internet einloggen und ob wir die richtigen Seiten besuchen. An wen wir E-Mails schreiben und warum. Man kennt unsere Passwörter. Man schaut sich unsere Urlaubsbilder an. Man liest unsere Chats mit. Oder stöbert in unseren persönlichen Dokumenten. Man kann alle Daten von unseren Computern herunterladen. Sie verändern. Oder ganz neue abspeichern. Man schenkt uns einen neuen Personalausweis, der unter anderem Fingerabdrücke speichert. Mehr Überwachungskameras. Und man hat noch viele weitere Überraschungen für uns per Rat. Deshalb klar machen zum Ändern. Piratenpartei. Bundestagswahl 2009. Das war ein Wahlwerbespot der Piratenpartei Deutschland. Piraten. Sozialläufgraf. Jahrhundertpartei. Ar Beta.